Hallo, Spielzeug! Viel Spielzeug! Er ist also doch mitgegangen! Ich wusste es. Willst du, dass Bonny Ärger kriegt? Nein, natürlich nicht! Und wenn sie dich konfisziert hätten? Konfi, was? Einkassiert! Nein! Oder noch schneller, du hättest verloren gehen können! Nein, Leute, ganz ruhig! Bonny hatte heute einen tollen Tag! Und wir machen einen Ausflug! Ein ausfindlich Urlaub! Und Bonny hat einen neuen Freund aufgegabelt! Oder sagen wir besser, aufgegöffelt! Schon am ersten Tag ein neuer Freund! Nein, nein, Sekunde! Ihr neuer Freund ist ein Göffel! Hey, keine Angst! Du kannst rauskommen! Ja, alles gut! Na komm, ich helf dir mal kurz! Hast du es gleich geschafft? Na siehst du, geht doch! Alle mal herhören! Darf ich vorstellen? Froggy! Ja, was sieht der aus? Der hat ja noch längere Arme als ich! Jäuker bilmeets blablabla bilmeets bilmeets